Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3 und ich bin ein wenig zu blöd für diese bekloppte Steuerung. Entschuldigt, Plötzer, komm mal vorbei. Ja, Plötzer hatte auch die Probleme. Komm. Eieieiei, hallo. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wo wir denn jetzt hin müssen. So. Zerstörtes Dorf. Nicht erkundeter Ort. Aber da haben sie mich ja gerade angeschossen. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ähm, wo müssen wir denn hin? Für die Quest Weißgarten, bitte. Oh. Achso, da müssen wir wieder ins Dorf zurück. Okay. Denn ich würde ja auch gerne mal so einen Ort. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Komm. Abmarsch, Madame. Oder her. Ist Plötzer eigentlich eine Dame? Ich glaube, Plötzer ist bei mir eine Dame. Oh. Ich schaue, wie das an. Sieht das schön aus. Ja. So. Stillhalten. Und ich steige jetzt hier mal nochmal ab. Ja? Und jetzt gehen wir da nochmal hin. Aber von der anderen Seite. Aua. Hat bestimmt wehgetan. Tut mir leid. Was gibt's denn hier so? Hundetalk. Igni-Glyphe. Erz- und Pferdehaut. Und Erz- und Pferdehaut. Und Silberbarren- und Schwefel-Wolfsleber-Kohle. Noch was? Doch, da ist noch was dran. Schwerenschnaps. Ah ja. Gut. Das war's denn offensichtlich. Ja. Guck mal. Hier komme ich auch diesmal anständig raus. So, Plötze. Weiter geht's. Und zwar... Oh, ist das schön. Ja. Hier lang. Nein. Da lang. Ich... Wieso? Achso. Ah. Ja, okay. Ich... Ja, war auch eine Blödheit gerade. So, wir reiten wieder zurück ins Dörfchen. Nach Weißgarten. Moa. Fast Vollmond, würde ich fast sagen. Ach, krass. Ja, es ist schon... Ist schon hübsch hier. Sorry. Ich wollte dich auch nicht umreiten. So. Einmal quer das Dorf hier, oder? Und jetzt hat er auf einmal die Spur verloren. Ich will doch im Dorf bleiben. Ja, offensichtlich muss man doch manchmal ein bisschen nachjustieren mit der Steuerung. Ich muss hier nochmal ein bisschen umgucken, Leute. Ah, das mit dem Mond sieht schon wirklich toll aus. Ja. Beweg dich mal. Ah, wir gehen also zum grauen Pferd. Also nicht so ganz. Aber guck mal hin, das... Gibt ganz schön mager aus. Andere Seite. Ich steig mal ab. Ich steig mal ab. Ich bin ein Haunted, Mann. Hast du Probleme mit deinem Wellen? Das habe ich gehört. Aye. Es ist Haunted. Es ist für 20 Jahre alt. 20 Jahre alt? Also, warum hast du jetzt eine Notation gemacht? Denn früher, wir haben unsere Wasser aus dem Wasser genommen. Aber so viele Korpsen fließt in es, nach der Krieg, hat es verändert noxious. Meine Frau, Mandy, trank half eine Pitcher. Felt dreadful ill. Can't keep nothing down. Sie wird schlimmer bei dem Tag. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that, if not from the well? But first, the ghost has got to be driven away. And it don't let any man near. Tja, beschreib mal. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman. But fresh from the grave. Where is a dirty dress. All rags. Its skin flaking off its bones. And it howls. Like it suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it master. If you don't take care of it that is. It'll come kill me daughter. Tja, reden wir über meine Belohnung. I feel for you. But this is my job. So let's talk about my pay. Something not right with the coin. If you could drop your price a bit. If you could drop your price a bit. I'm sure we agree. 23. Okay. Okay. I'll help. Where is this well? In Havel. A settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there. On account of the ghost being about. Drive it off. Please. Such den Geist, der im Brunnen spukt. Okay. Ja, das machen wir natürlich. Und dafür hätte ich aber gerne mein Pferd. Wer weiß, wo wir hin reiten müssen. Pony. 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 Ich muss nicht wahr sein. Was bist du denn für ein Pony? Hast Hunger, hm? Kleiner Fresssack. Komm, genug gegessen. Abmarsch. Pony. Vielen Dank.